Weniger als sechs Monate vor der Sächsischen Landtagswahl liegt die AfD in einer Umfrage bei der Wählergunst deutlich auf Platz 1. 34 Prozent der Befragten gaben an, der Partei ihre Stimme geben zu wollen, wenn am Sonntag in Sachsen gewählt würde, wie aus der repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Auftrag von BILD hervorgeht. Dahinter liegt demnach die CDU mit 30 Prozent, mit deutlichem Abstand folgt Bündnis Sarah Wagenknecht auf Platz 3. SPD und Grüne, aktuell Koalitionspartner der CDU, kämen auf 6 beziehungsweise 5 Prozent und müssten um den Einzug in den Landtag bangen, genauso wie die Linke mit 5 Prozent. Die FDP würde den Sprung in den Landtag auch dieses Mal nicht schaffen. Für den INSA Sachsen Trend im Auftrag von BILD wurden vom 11. bis zum 18. März insgesamt 1000 Bürgerinnen und Bürger aus Sachsen befragt.